Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich habe mal wieder in mein Rentenkonto geschaut und ich habe festgestellt, ich habe schlechter verdient die letzten Jahre als die Jahre vorher. Also bekomme ich nicht mehr 532 Euro Bruttorente. Wenn ich jetzt in Rente gehen würde, würde ich bekommen 515 Euro im Monat Brutto an Berufsunfähigkeitsrente. Weil ich so wahnsinnig gut verdient habe, geht die Rente runter. Weil immer die Einzahlung der letzten Jahre zugrunde gelegt wird.